Herr Rieke, der jungen Schiedsrichter, bitte begrüßen Sie hier, E.A. Theo Silbermann. Und nun zu den wichtigsten Gästen, zu unseren Stars. Und das sind ja wirklich zwei absolute Legenden des Zucker. Ich stelle Ihnen vor, in der Korrentenreinfolge, das heißt, entsprechend Ihrer Weltanlistenplatzierung und der erste Spieler, ja, da brauchen wir gar nicht über Titel zu reden, aber es ist die Art und Weise, wie er spielt, wie er immer wieder fasziniert, wie er hunderttausende Millionen von Menschen zu Zuckerbergs gemacht hat. Heute wieder hier, E.A., meine Damen und Herren, hier kommt The Rocket, hier kommt Romain Gold. Applaus Der ist Anfang Mai wirklich in den Snooker-Olymp aufgestiegen. Seit über zwei Jahren, seit Februar 2015, ununterbrochen die Nummer 1 der Weltanlisten. Seit Anfang Mai gehört mich zu diesen erlesenen kleinen Geister-Spielern, die es geschafft haben, ihren Win-N-Til, Inclusive Director, zu verteidigen. Hier ist er, die Nummer 1 der Weltanlisten, der dreimalige und aktierende Weltmeister, Mark Sully. Applaus 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 Ich wünsche Ihnen allen vierten Damen und Herren, ich Ihnen das wieder voll zu wünschen und Ihnen allerbestes, du Konterhaltung. Viel Spaß und danke fürs Kommen. Applaus 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 Vielen Dank.